Guten Morgen, meine Damen und Herren! Heute bin ich am Sonntag. Ich bin früh auf dem Kass Plateau. Ich denke, es wird eine 3-hours drive. Heute ist es ein schönes Ding, dass ich mit ein paar Freunden auf dem Highway meet. Ich denke, die meisten sind auf dem Kawasaki Vulcan. Aber ich werde sie später vorstellen. So, los geht's! So, es gibt kein Trafik. Es ist wirklich schön. Und wir werden sehr schnell durch die Stadt gehen. Ich bin sehr sicher, heute. Das ist der Gain, wenn man zu früh aufstehen kann. So, es gibt ein paar Procession. Es gibt ein paar Procession. So, Herr Präsident, guten Morgen! Guten Morgen! Ami? Coco? Jan? Achinte. Achinte! 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 Ich habe eine selbstfühle. Es ist mit einem extenden Arm. Es geht mit dem Kass. Das wäre cool, während der Riecht. Okay, das bedeutet, wir gehen jetzt zur Satara. Wir machen einen Teabreak und dann zum Kass Plateau. So, cool. So, Kaffeebrake. Teabreak. Es steht noch 80 Kilometer. 80 Kilometer? Ja, denn ich war so schnell. Und jetzt hat die Konsumierung... Wir werden runter und dann füllen. Ja. Das sind etwa 20 Kilometer. Kein Problem. Hi, Herr Präsident! So, voll! I'm full! Okay. Okay, jetzt geht es weiter. Okay. Ja, ja. Jetzt habe ich... Whatever, was ich wollte, ein Video auszunehmen, habe ich es nicht auszunehmen. Und wenn ich es aufzunehmen, habe ich es aufzunehmen. Oh! Aber hoffentlich gibt es einige schöne Bilder, über deine Riecht. Ja! Weil die Riecht war sehr schön. Es war großartig. Ja, definitiv. Okay. 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 Satara, wir kommen! So ist es ungefähr eine Stunde von hier, Aspergogi. So, jetzt schauen wir uns, wie das Kass Plateau aussieht. So, jetzt fahren wir auf die Kass Road. Oh, es sieht ziemlich interessant aus. Ein schöner Veränderung. Die Temperatur ist sehr schön. Wir haben 25 C. Das ist so schön hier. Sehr schön, wirklich schön. Das ist so 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 schön. Ich war heute im Kai. Ich war hachst es. Ich hatte einen Hitte. Fertig an dem Fahrrad. Du hast es auf die Fahrrad Attend ? Das ist so schön. Aber das ist auch gut. Ja, du bist mir so gut. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder und ein paar Videos. Er sagt, dass man nicht in da gehen kann. Aber wir sollten nach Kastli gehen und dann kommen. Ja, das wird in der Kass Lake sein. Ja, das wäre schön. Auf der Weg zurück, das ist ein kleines Hotel. Ja, das ist ein schönes Ort. Das ist ein schönes Ort von da. Dann gehen wir an dieser Seite. Ja, wir können dann einfach mal visitieren. Wir kommen zurück auf die gleiche Straße, oder? Ja, ja. Kass Lake. Es sieht schön aus. Und das ist nur das Anfang von uns. Das ist es. Schön. Kass Lake. Sehr schön. Was machen die Leute da? Fischen oder was? Das sieht aus. Das ist ein wirkliches Ort. Fische Fische. Und was passiert hier? Auf der Kassel. Ich glaube, es ist ein ganzes Ort. Ich glaube, es ist ein ganzes Ort. Das ist ein ganzes Ort. Es ist ein ganzes Ort. Und was passiert hier? Das ist ein ganzes Ort. Das ist ein ganzes Ort. Und was passiert hier? Das ist ein ganzes Ort. Das ist ein ganzes Ort. Ich würde sagen. Okay, gentlemen. Ready? After the first rain of this year. The rain ride in this year. The beauty of this monsoon rain, we have not captured, unfortunately. but it is in our head. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Verschalte. So. Now I am in Hinjewady. Unfortunately, I drove too far. And also, it looks like again, it starts raining. Maybe that's the last clip. Because then I would have to remove the camera. That's such a nonsense thing on this GoPro. If you connect the microphone, it's not waterproof anymore. Anyways, let's see. Very nice market. Back in Pune. Back in Pune. Back in the drum. Back in Pune in Pune. Back in Pune. Now it is not a good time. It is a good time. It is a good time. So, wir sind zurück vom Kass Plateau. Es war eine sehr gute Runde. Wir haben es sehr gefühlt. Mal schauen, wie viele Kilometer es war. Es waren 329 Kilometer. Wow! Wir sehen uns nicht mehr. Die Ausstattung war 58 Kilometer per Stunde. Die Ausstattung war 32 Kilometer. Ich denke, jemand, der gut in Fahrrad ist, kann er auf dem Fahrrad fahren. Okay, cool! Es war eine gute Runde. Ich werde da wieder gehen. Es war wert, dass es sich in den Kass Plateau schön war. Es war eine schöne, grüne Temperatur. Wenn du die Natur möchtest, ist das der Ort. Für die Fahrrad ist es eine fantastische Runde. Es ist viel Spaß. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.